Da kommt ein Punkt in jemals Leben, dass alles zu Ende kommt. Dann bemerkt man die richtige Bedeutung des Lebens. Leben ist eine tolle Sache. Du musst das voll genießen, weil alles eines Tages zu Ende kommen wird. Eines Tages wird alles vorbei sein. Leben hat so viel zu geben. Man kann mit Freunden sprechen, fotografieren, campen, einkaufen, arbeiten, schlafen, lachen, Briefe schreiben, fliegen, laufen, Bücher und Jugendzeitschriften lesen und zu Fest- und Abenteuerparks fahren. Meisterchoke ist mein Lieblingsfest. Aber ohne die Geschichte dahinter dem Fest, der Bürgermeister trinkt einen großen Krug Wein zum Stadtretten. Ich wünsche, ich hätte noch eine Chance, alles im Leben zu erleben. Es musste alles so schnell enden. So heftig. Aber in diesem Geschäft, was konntest du erwarten? Ich war sicher, dass eines Tages werde ich im Mordet sein. Oder eine Sache ist, dass ich gelernt habe. Es ist das zwei wichtige Tage im Leben. Ihr Geburtstag und der Tag, an dem sie sterben. Heute, leider, war einer dieser Tage. Ich bin ein Mensch, zweifballer. Das war's Gesang. Ich bin ein Mensch, zweifballer. Ich bin, zweifballer. Ich bin ein Mensch. Ja, Zellerberg? Bist du bereit, Anton? Fast. Ich muss nur letzte Vorbereitungen machen. So, wann denkst du, wir die Operation stattfinden wird? Übermorgen. Das ist zu spät. Wir müssen nach heute angreifen. Ganz richtig, ganz richtig, heute ist es. So, hast du die Ausrüstung? Ich denke zu. Ich habe die Brickstänge. Du hast den Schläger und Stimmt, ja? Ja, ich habe ihn hier in meiner Hand. Überall, es ist die perfekte Länge, es hat einen guten Griff, und es wird auf starken Nutz. Diese Werkzeuge wird perfekt in unserer Operation sein. Wir müssen eine perfekte Rolle machen. Wir müssen keine Falle machen. Alles ist unter Kontrolle. Wie du denkst. Pass auf. Dass du bewaffnet und gebrauchsfertig bist. Dieser Auftrag wird ziemlich schwer zu erledigen. Wir müssen unser Ziel überraschen, wenn er es nicht erwartet. Wenn man an die Kindness seiner Identität und die Umstände dieser Mission denkt, wir haben nur eine Chance. Ja. Bist du sicher, du wirst den Auftrag heute ausführen? Ja, heute ist der Tag. Da ist kein Weg zurück, jetzt. Na gut. Lass die Operation beginnen. So. Was hast du vor? Ich habe nichts vor. So. Nach dieser Operation gehen wir im Skino? Ja. Ich finde es gut. Ah. Welcher Film? Schrott und Freitag. Los geht's. Hey! Ich wusste, dass etwas stimmt nicht. Schauen wir mal an. Vor allem in dem Geschäft, wo ich bin. Obwohl ich ihn kannte, war es fremd, dass er zu mir gekommen ist. Heute ist dein guter Tag zum Stören. Es ist auf jeden Fall. Ja. Es ist schön draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Philbert. Und ich wollte niemand ermorden.